Der größte Teil der Einwohner war geflüchtet, und nur arme und kranke Leute, die nirgends hinkonnten, waren zurückgeblieben. Diese Unglücklichen, die kaum noch ein Stückchen Brot ihr Eigentum nennen konnten, mussten von der deutschen Militärverwaltung verpflegt werden. Denn diejenigen Gegenden, namentlich aber an den Hauptstraßen, wie zum Beispiel zwischen Artenay und Orgnon, wo die französischen Armeen sich zurückziehen mussten, schleppten sie noch im letzten Augenblick alles, was zur Nahrung dient, mit sich fort.